Ja, den hab ich mir grad noch schnell geholt. Ich muss mal eben Flosen heilen. Alles gut, hier oben. Fast, der ist tot. Ja, ich hab die Q falsch gezündet, aber ich bin halt hinterhergeportet. Kümmer dich um die Sylvanus. Na, ich mach hier die ganzen Minions grad. Weil jetzt haben wir ihn. Räuchten heal, räuchten heal. Hab grad keinen, easy. Das ist gerade noch so rausgeportet. Musst du gerade eben mal Foto heilen. Und alle unten, ja. Ja, ihr geht auf die Botlane. So, wenn's richtig Hardcore kommt, mach ich euch unverwundbar für 3 Sekunden. Yo. Ist wirklich eines der stärksten Talente im ganzen Game, by the way. Klingt übel. Das auch. Aua. Für den. Ich kann ihn sowieso nicht töten. Komm, 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 komm. Räner ist was da. Räner, Räner hinten, Räner, 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 Räner. Hossa, nach 8 mal nicht erscheinen, konnte ich endlich Skill leisten. Was für den Arsch. Okay, jetzt porten muss ich doch nicht backporten. Jetzt muss ich mal kurz zum Heelboden. Naja. Naja. Naja, wenn wir schon rumholen. Hier, komm schon drauf da, ich hab den Gestank grad. Nein! Ah, ist egal. Fuck, egal. Ich bin halt viel slow. Nein, 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 alter, push jetzt halt nicht. Das sind doch die Minions. Ist egal. Aber da sind auch immer noch Loots. Wenn man da rankommt, klickt auf den Sack, so zack, easy. Geht doch. Hab doch nicht damit gerechnet, dass du divest. Naja, natürlich dive ich. Entschuldigung, ich bin Master Yi. Hol mich doch der Divel. Weg, 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 weg. Zu viele Leute. Apropos Master Yi, den hab ich heute mal wieder gespielt. Der ist so der Massenbroken mit dem Ginsu's Raidblade-Scheiß-Bug. Ja. Genau. Was du gesagt hast. Weiß wieder keiner, was gemeint ist, aber der One-Hitted zur Zeit alles. Ja, richtig. So, auf den Support, auf den Support, nein! Komm, jetzt übrigens, Portland. So brauchst du mich? Ich muss mal weg hier. Ich kann jetzt sofort, dann hab ich gemacht, wie sie mich mit der Ulte geholt, da hab ich geholfen, da hab ich geholfen, da hab ich geholfen. Wir sind alle unsterblich drauf, 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 killt sie alle. Ah, scheiße, seid überhaupt nicht mehr unsterblich. Nee, ist ja auch nur drei Sekunden. Du bist sogar gestorben. Ja, aber ich kann immer noch Leute verprühen. Kannst beide bei auch bloß einen unsterblich machen. Ach so, lol. Das müsste ich wissen das nächste Mal. Steht da. Auch schön. Ja, deine Mutter steht auch da und wartet auf mich, bis ich sie von der Oranienburger Straße hole. Und wieder? Hashtag Oranienburger Straße. Oh, siehste, ich geh mal zu dem Schrein hin und hol mir auf dem Weg das Camp. Yo, gern dir. Ich splitpusche kurz Botlane und schließe dann auf. Alter, kann ja... Äh, wohin? Ich aktiviere den Schein. Was ist denn das für eine Scheiße? Wo wird gebraucht? Ich hab das Scheiß Camp nicht gekriegt. Warum hast du das Camp nicht gekriegt? Ey, keine Ahnung. Ich bin mal reported. Ey, aber wirklich. Das ist alles voll mit den Leuten. Hä? Das ist alles voll mit den Leuten. Alles voll mit den Leuten. Ja. Ja. Heal ist down. Yo, Servanus auch. Ich muss mal weg. Äh, Kilo mal raus, Frodo, ja. Naja, bin ja schon. Ich hab nur ganz kurz... Niceoos. 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 So, dann holt euch doch mal den Bestoffer. Es kommt auch vor allen Dingen nur noch Thal an. Super. Ja, ich hab hier einen Fray gefunden. Hab ich gesehen. Wallhack. Darfst du behalten. Nice. Nein, ich muss... Ah, ich muss was Autohitten. Wegen Heilung. Ja, dann Autohitte eher. Dann bist du auch fast full-wrecked, Digga. Nein, wegen eurer Heilung, Mann. Achso. Heilst du jetzt mit Autohits, oder was ist das so geskillt? Ne, ich hab... Wenn ich nach meiner Queue einen Autohit mache, heile ich alle Verbündeten in der Nähe 30%. Jo, ich weiß, was du meinst. Das Problem ist, du hast ja nicht alle Dinger freigeschaltet, ne? Fällt mir gerade so auf. Richtig. Stimmt. Deswegen... Oh, Arcana-Bestrafer ist bester Bestrafer. Äh, ja, geht, ne? Ich mag diese Kugeln. Ja, es ist halt übel, wenn du probierst mit Seratou zwischen diese Kugeln, äh... Ja, das ist super lustig. Durchzulaufen. Der Fry ist ja richtig greedy. Tötet mal Fry für den. Er will nämlich Hagen töten, das geht gar nicht. Ja, den kriegt ja wohl Hagen. Oh, hat er Hagen sogar noch bekommen. Lol. Hagen, nicht vom Tank wegrennen. Warum sag ich immer Hagen losen? Ich wusste, ich wusste gar nicht dazu. Oh, ich seh meine Maus zwischendrin gar nicht mehr. Ich bin groß. Ach klar, das geht schon. Muss Tank sein. Okay. Proto, Vorsicht. Geh weg. Ja, ja, da war ich. Ich war sehr, sehr greedy und werde auch dafür bestraft. Nee. Hab dich. Oh, wer auch immer da gehealt hat. Hab dich. Bester Mensch, ey. Hab dich. Von und zu. Berlin. Haben die einen Healer irgendwo, den man... Oh, shit. Nee, da geht raus. Ist schon tot alles. Jetzt leider. Gehen wir auf die Sylvanas? Ach so. Ja, das ist schlecht halt. LeFloid. Stunde. Stunde Sylvanas. Dienen. Sylvanas. Kann ich nicht. Warte, Stun auf, Stun auf, auf deren, auf deren Support? Jetzt, 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 jetzt. Hatte ich. Auf dem Support hatte ich, aber ich krieg zu viele, ich krieg zu viele unterschiedliche Kommandos. Ja, dann hör nur auf mich. Spral töten. Los. Ja, nice. Ich hab, äh, hier unten ist wieder, ich geh auf, ich geh auf die Morales. Ja, dieser Assi kommt mir hinterher gerannt wie ein blöder. Morales, Morales, Morales. Ja, ich kann was Stunnen. Hier, der Dude zum Beispiel. Ich hab nur einmal kurz zugeschlagen, sonst wäre jeder da. Meine W, meine W, meine W, meine W hat ihn. Spielst du wirklich zum ersten Mal? Was? Nice. Ja, richtig gut. Ich mach mal kurz die. Danke. Ah, richtig gut halt. Ja, du weißt doch. Ich geh mal hier oben hin. Äh, lol. Jetzt lass ich das Herz klauen. Ja, okay, wir nehmen uns den Turret und dann weg, ne? Hab ihn gestunnt? Ah, schade. Hat er Angst vor mir, die Sau. Ah, muss ich weg, muss ich weg, muss ich weg, weg, weg. Flosen, wir gehen hier unten, wo der Stiefel ist, okay? Alles klar. Aber hier, machen wir erstmal Conträr-Camp. Ah, shit, ich war verkackt. Ah, ich bin noch nicht, ich wollte gerade sagen, ich bin gleich beim Stiefel, aber... Lalalalalala. Ja, wir machen erstmal das Counter-Camp und dann machen wir unser eigenes. Ah. So, jetzt, und switch auf unser eigenes. Obwohl, wir könnten auch schnell die Sivanas noch auf der Botlin holen, aber ne, die kommt jetzt weg, schade. Easy, easy. So. Saunice, das läuft einfach wie ein Bilderbuch. Wie am Schnürchen... Dingelingeling. Uta finde ich übrigens außerordentlich interessant, der macht mir großen Spaß. Ja. Das ist ein sehr, sehr... Ich stirbte nicht. Hier, lass uns mal den Fall töten, bitte. Jetzt. Äh... Und du kommst vielleicht... Nee. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, 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 ja. Nutz dein Fall nicht als Damage. Alter. Wir müssen zum Altar, by the way, ne? Die machen halt Altar. Ja. Ja, ich bin hier, aber ich hab halt das Camp geholt in der Zeit. Ja, ist okay, komm einfach her. Komm jetzt her. Ja, ich bin da, ich bin halt... Wir haben jetzt schon 20, jetzt ist es schon ein bisschen viel. Los jetzt. Ich bin immer noch alleine hier. Ich bin auf dem Weg. Ich kann mal hier den Healer kurz stunnen. Ja, ne, das bringt mir ja gar nichts halt jetzt. Oh, leid, jetzt hast du drei Leute gestunt. Ah, ne, jetzt hast du neben geschossen. Oh, diese Shenult, ey, die ist so annoying. Ja, aber die macht, kann halt nix, ne? Ich bin noch mal so rausgekommen aus der Aktion. Hahaha. So, Healed auf Lead. Stun auf Shen. Ja, ja, ja. Könnt ihr jetzt langsam mal wieder hochkommen? Also jetzt ist es echt zu spät gewesen. Ja, 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 das war... Wo war, wo ist deine Hult? Ich hab echt gerade so keine Ahnung, was ich gerade gemacht hab. Das war so, ich hab aber auch überhaupt nicht, ich hab aber auch überhaupt nicht den ollen riesigen roten Kreis gesehen und irgendwas. Raus, 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 raus. Ja, toll. Ja, passiert. Jetzt haben wir halt einen Punisher gekriegt. Dafür fällt das Keep durch das Hardcamp jetzt gerade. Ja, das war halt grad, das war halt grad hart dumm, also... Und fällt das Keep? Da krieg ich mich auch selber drauf. Sehr gut, Frodo. Ich schreit so was auf Keepers. Was? Oh, shit! Ah, wie sieht. Alles gut. Battlefrood, Battlefrood, macht hier alle Gegner tot. Raus aus dem Kreis teleportiert er sich. Das ist toll. Das mag ich. Oh, yeah! Oh, Alter, den hol ich mir so hart, den dummen Ficker. Da holt er sich den Ficker so hart. Ich schreit ihn dir! Er hat ihn! Oh, Spastard, Alter! Als ob der Ding dir denkt. Okay, jetzt schreit direkt Mitte. Spastard Spockgebob! Ja, ich bin schon auf dem Weg. Sehr gut, den töten wir auch gleich noch den Ficker. Ich gehe weiter nach links. Dieser Wixer mounted auf. Ist egal, der kann ja nicht wegrennen. Ja, okay. Den töten wir es. Den schneiden wir ab. Hmmm, ich schneide ihn ab. Ich komme da gerade runter und versuche mal was zu tun. Hashtag Hallo! Holla! Holla! Und da ist er gestattet. Ja, aber ich bin ja wie immer. Heimach Frodo, der ist vergiftet! Heimach Frodo, der ist vergiftet! Heimach! 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 Wo bist du denn? Heimach! Der war ja. Heimar Frodo! Heimar Frodo, der ist vergiftet. Ja, da muss mir einer sagen, Wo er ist Neben mir Ne, pass auf Kommando Stun den Typen Ich renne auf den Typen Wer hat den Stun den Typen gesagt? Das war wieder Frodo, oder? Ja Natürlich Alter, als ob ich auf die Idee kommen würde Zu sagen Soll ich Stun? Frodo Doppelpunkt Ja Ausrufezeichen Anführungsstriche Ende Ah, okay Ja, okay Ja, wenn du sowas fragst Ich sag prinzipiell immer ja Und ich denke, du machst schon alles richtig Wollte ich schon sagen Aber in diesem Fall leider nein Ich entschuldige mich auch dafür Das tut mir wirklich toll leid Ich weiß ja nicht mal, dass du stunnen kannst Leute, reagiert mal bitte ganz kurz darauf, dass die uns angreifen Bitte Ja, ich weiß auch nicht, warum keiner mitkommt zu dir Nein, doch, ja, der Vata ist mitten in unserer Lane Können die sie mal töten? Auf den Healer Zack 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 Squished Wie überlegt ihr das? Der lebt noch, der scheiß Healer Aber warum? Das ist doch hier die Weil keiner auf den geht Ich kann halt nicht Ach Gott Jetzt haben wir ein Problem Nein, wir haben überhaupt kein Problem, Mann Ach, Mann Hast du ein Problem mit dir? Ne? Ich werde jetzt den Schrein bestimmt nicht antatschen Ähm, ich glaube, ich habe was verkackt Aber was soll's Ey Ja, ich gehe schon mal zum Schrein, aber Den Fight haben halt echt ziemlich böse So, sie sind übrigens drin Wo ist der Rest von euch? Tot, scheiße Ja, ne, klar Schaffen wir was zu zweit irgendwie? Wen soll ich mit der Ulti holen? Ist zwar schon Hardcore spät, aber ich will danach nochmal eine Runde mit Morales spielen, bitte Nice Lass es, lass es, lass es, lass es, lass es Geh einfach weg, mach was anderes Lass es Ich habe noch 20 Sekunden, Mann Ich kotze hart Wir schaffen kein 2 gegen 5 Seien wir nicht böse Ja, wir sind aber nur 2 gegen 4 Weil ich mir nämlich hier unten gerade Silvanas geholt habe Oh, nice Jetzt können wir probieren halt Ja, jetzt ist es zu spät Jetzt habe ich gerade meine Abilities versammelt, um mir das Belagerungskamp zu holen Dann schätze mal Morales, äh, Silvanas geholt Cosmic Superior Sag das Zauberwort und du hast die Macht Halt den Mondstein fest und spür die Kraft Du kannst es tun Ja, nicht nur Silvanas geholt, sondern auch noch ihr Camp geht auf Alter, wie keiner von euch den Satz beendet Mitte, Mitte Was? Ich bin schon da Halt den Mondstein fest und spür die Kraft Du kannst es tun, du hast die Macht So, da ist er down Ah, nee, ladadadada, du kannst es tun Oh, Salem Something, something Ich habe Salem und immer nur geguckt, weil ich ein bisschen geil darauf war, wie sie sich verwandelt haben Ah, Ulti Ah, ich komme nicht raus aus der Ulti Ah, schade nicht I've been stunned all the way Nice, Alter Ich habe jetzt gerade 4 getötet Ne, 3, schade Ich kann sagen, einen davon habe ich geholt Ja, wo ist der 4te? Wir hätten doch 3, 2 gegen 5 spielen können, wenn ich 3 töte Verdammt Na, ich habe vor allen Dingen unten noch Silvanas und einen weggeholt Ich hatte vor allen Dingen noch Ulti auf Ready, also da hätten wir auch nochmal den Healer wegstunnen können Und schön einen rauspicken Wohin jetzt? Ähm, irgendwo auf der Map Flo, komm Hier, alle auf den Alle auf Silvanas Ah, kriege ich nicht Kann ich stun? Kann ich nicht stun? Kann ich stun? Ich hole mal das Camp hier unten Kann ich heilen? Alter, wie geht die? Alter, wenn ich ein Stunt kriege Mann, fick dich! So eine dumme Hure Oh nein, ich verlieb dir auch noch Betatet Kriegst du uns geheilt? Weil an der Wand stehen mit Lowlife ist schlecht Jawohl, nice Ja, aber War auch der Erstmal letzte Heal Das ist das Leidler Wen mache ich denn jetzt unsterblich? Du bist übrigens gleich wieder dran, ne? Nicht! Lol Nice Wie nice War das? Ich wurde Ich wurde raked Aber heil dich mal Heil dich, heil dich Ah Heil dich Ja, ja, passt Passt Heil dich Da geht nix Doch, das passt Oh Gott Heil dich, sobald du kannst Heil dich Ich kann nicht Noch zwei Nein Das ist doch einfach nur noch lächerlich Ah Eure Mütter Hau euch auf die fiese Was mache ich denn hier? Ich kann Wir wissen es noch Achso Alter, warum hat mir nicht einer erklärt, dass wenn ich tot bin, ich noch heilen kann Ich bin jetzt aber auf dem Weg dahin Ist so Ja Wollt ihr bitte jetzt zum, zum Dings gehen? Das sind behindert, das hätt ich mal wissen müssen Naja Ich bin gleich da Wieder was gelernt Was hat der denn für ein Hearthrank, Alter? Was? Wie viel kann denn fucking, fucking Rainer, äh, nee, was ist das? Doch, Rainer, Hearthrank, Genau, das ist seine E Ja, wir haben halt, wir haben halt Alter, der hat ja gar nicht mehr aufgehört Rauch auf den Weg, Lester, Ulti Wir hätten den, wir hätten den einen, wir hätten den einen oder den zwei Kämpfer halt nicht verlieren durften Das war, das war kacke Hast du keine Ulti auf Ready oder was? Doch, Nova hat ja gerade Ulti gedrückt Das Problem ist, man steht halt nicht in Midi-Range, wo man ultet Klar Ja, cool, Tord Rainer down Jo, äh, ich auch Wahrscheinlich, ja Nee, da kommst du grad noch weg Gerade so halt Oh nee, der Freil, der will mich Komm her entgegen Komm her entgegen Ach, scheiße Sicherlich Ja, nee, ist zu late Leute, wir werfen dieses Spiel komplett weg Obwohl das ist